Tiere und vor allem Reptilen können sehr schnell sehr gefährlich werden. Vor allem geht eine direkte Gefahr von dem Tier aus, wenn die jeweilige Person die Angriffsbereitschaft des Tieres unterschätzt. So etwas ist nun auch in South Carolina passiert. Eine Frau hat sich einem Krokodil auf einige Meter genähert und machte einige Fotos. Zwar wurde sie von Anwohnern gewarnt, sich nicht weiter zu nähern, jedoch hatte sie wohl etwas Alkohol zuvor getrunken. Sie wurde von dem Tier daraufhin unter Wasser gezogen. Von anderen Personen wurde versucht, das Tier mithilfe von Schaufeln zu verjagen. Als sie kurz wieder über Wasser sichtbar war, sagte sie kurz vor ihrem Tod, das mache ich wohl nie wieder. Bedauerlicherweise hatte sie damit auch Recht behalten, denn überlebt hat sie den tödlichen Angriff des Krokodils nicht.